Guten Abend, ich bin Sonja Kraus und das ist meine Freundin. Wie geht es dir so? Gut, eigentlich heute Abend. Wie oft warst du schon auf der Wiesn dieses Jahr? Ich glaube sechsmal. Sechsmal, ja. Für mich ist es heute das fünfte Mal, aber nachdem ich weiß, dass ich heute nicht reden muss, also Talk, Talk, Talk fällt heute aus, ist es eigentlich für mich in Ordnung nochmal hier feiern zu gehen. Ist mit dir was in deinen nächsten Projekten, Julia? Du, ich muss jetzt, ich flieg am Freitag weg, das heißt, ich muss jetzt jeden Tag weiter auf die Wiesn, damit ich zumindest mein Kontingent erfülle. Ganz wichtig. Du musst halt dann auch Augen legen auf die Pizza und du musst dann irgendwie... Ja, ich muss leider morgens pro sieben mit der Tochter und der Tochter reden, das heißt, ich darf nicht so viel trinken, aber ist ja nicht schlimm, das heißt, Julia, du wirst für mich da ein bisschen mitfeiern. Natürlich, also Julia darfst du.